So, dann gehen wir jetzt wieder zum Tempel. Wir sind aufgerüstet mit schönen Elixiern und ja, werden jetzt auch... ach scheiße, ach man, so, werden jetzt auch den Endgegner besiegen, also hoffe ich zumindest. Oh, ich habe schon wieder sämtliche Herzen verloren, ich werde mich aber, wenn ich im Tempel bin, natürlich selbst umbringen. Oh shit, jetzt muss ich aufpassen. Warum ist ja klar, weil wir da dann umsonst respawnen werden und dann anstatt ein Herzen alle Herzen, äh, drei Herzen wiederhaben, vier Herzen wiederhaben, was ist jetzt los? Ich glaube es nicht. Da kam so ein Sandmonster aus der Erde, genau da, wo wir gerade hingegangen sind. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, die wollen mich doch verarschen. Ah, verdammt. Oh, okay, ich versuche jetzt einfach, kein Herz mehr zu verlieren. So, bla bla bla. Ach, verdammt, ich komme hier mal rauf. Ich werde diesen Knopf drücken, dann geht es mir schneller. Zack, jetzt kann ich ruhig getroffen werden, das ist nicht schlimm. Lass mich jetzt eh umbringen. Na komm, so. Dann habe ich jetzt wieder vier Herzen, das sind immer noch mehr als drei. Deswegen habe ich mich umgebracht, für die, die sich fragen, wieso bringt er sich mit Absicht um? Okay, ich bringe mich wieder um. Er hat mir einfach was abgezogen. Na gut, aber jetzt bringe ich mich nicht nochmal um. Egal, was kommen wird. Wie ich entdeckt habe, bringt das gar nichts im Endkampf, mit Bogen zu schießen eigentlich. Das ist sogar eher sinnlos. Und da wir jetzt zwei Elixier haben, denke ich mal, werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ach, scheiße. Einfach durchgehen, na gut, dann eben nicht. Was ist eigentlich da oben, frage ich mich. Na, egal. So, ah, oh, das gibt es doch nicht. Lass mich jetzt eh nochmal umbringen. Hier. Schnell. So. Und jetzt bin ich, ja, am Anfang. Wow. Beim Auge weiß man nie, der ist irgendwie unberechenbar, weil das sieht sowas von viel ab. Und naja, egal. So, hier können wir schön stehen bleiben, ein bisschen vorspulen, damit die ins Nichts gehen. So, dann sind wir schon hier oben, wieder. Bei den Quallen. Jetzt können wir einfach schnell hier lang gehen. Ich hoffe, der Schlüssel, dass wir nicht nur mal den Schlüssel einsammeln sollen, müssen. So, sonst würden wir alle Herz wieder. Und wir haben nicht alle Herz wieder, aha. Aber ich hätte einfach durchrennen können, so ein Scheiß, ey. Mann, hoffentlich ist hier irgendwo ein Herz. Komm schon, ich brauche ein Herz. Na toll, kein Herz. Wow. Herz. Komm her. Bist du so doof im Hören? Was ist das eigentlich für ein Teil? Sieht ein bisschen aus wie ein Elefant, hat aber nur ein Auge und... ...ein Umhang. Oh, bist du... Ich hasse dieses Teil, wirklich. Ich hasse es jetzt. Stirb und stirb. Herz. Und hier ist auch noch ein Herz. Gut. Jetzt sind wir beim Endgegner. Und ich denke, ich... Also, ich bin sehr überzeugt davon, dass ich hier gewinnen werde. Doppelter Schlag, das ist sehr gut. Ja. Dann sollen sie mal kommen und zeigen, was sie können. Aber ich glaube, wenn nur noch einer da ist, rasten die richtig aus, die Teile. Dann kommen, glaube ich, irgendwie 16 solche Steine. Da muss ich wirklich aufpassen. Oh, ey. Ich treffe keinen. Ob ich das jetzt nicht schaffen sollte, wäre es schon peinlich. Dann wäre es wirklich peinlich. Aber ich... ...schaffe es, denke ich mal. Oh, Mann. Alter. Alter, wie... ...weit ist der, denke ich, sprungen. Ui. Okay. Ich denke mal, wenn ich jetzt noch einmal getroffen werde, setze ich das ein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt wirklich noch schaffen soll, weil ich hatte gerade alle Herzen und habe nicht viel abgezogen. Wir haben noch getroffen. Das gibt es doch nicht jetzt. Scheiße. Das würde doch knapp. Wenn einer mal tot sein würde. Mist. Ja. Der erste ist tot. Super. So. Ja. Komm schon. Ja. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Hoffe ich ja. Ich zumindest. So, der ist getroffen. Ja. Der ist schon mal tot. Jetzt kommt der letzte. Ja. Geil. Und er explodiert in tausend Teile und das Herzteil bleibt über. Ein Herzcontainer. Wir haben jetzt fünf, sechs Herzen sogar. Und auch noch das... ...